hallo natürlich kommt bald tschüssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü kommen heute wahrscheinlich zu einem der heftigsten Pack Openings auf unserem ganzen Kanal. Ganz ehrlich, Jungs, sowas ist uns noch nie passiert, ja? Noch nie. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall, danke an jeden, der gestern im Stream dabei war. Durch die ganze Unterstützung von der Crew auch, ne? Von allem drum und dran. Einfach nur danke und ich würde einfach sagen, Jungs, wenn ihr auch keinen Stream mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke, der Streamer drandaliert. Ihr werdet es jetzt sehen im Best of. Es war heftig. Vielen, vielen Dank. Simon hat schon alles gesagt. Hashtag unten einfach unfassbar rein, Jungs. Alle Hashtag unfassbar da unten rein, ja? Krankestes Ding, krankestes Pack Opening ever, alter. Heftige Scheiße. Ich würde einfach sagen, gönnt euch den die Scheiße. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Viel Spaß. Eiken. 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 Toddi. Oh, mein Finger. Der Wichser. Mann, 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 Mann. Der hat echt Zanetti gezogen, der Hurensohn. Das gibt's auch nicht. Das kann doch nicht sein, alter. Ja, ja, oh mein Gott, das ist der Meide. Mann, bei uns kommt eine normale Schnitze. Jungs, was sollen wir da machen? Mann, Mann. 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 Sieht hier ein Totti, aber hier modric wird richtig krank kann c den bräune schlitz habe ich aber schon mal schmeichel ist da stehen wir auf dem selben punkt wie gestern und jungs was wir heute definitiv nett machen wir wichsen nicht die lightning rounds durch wir haben heute gesagt wir hatten eigentlich gar nichts von dem todti wir hatten nichts von dem todti weil wir alles weggekoffert haben ja klar wir sind genau im selben rhythmus ja genau ja marquisio der rossi kriegen gerade einen anruf rein ja hier ist ea dran wir haben kurze live schalte zu ea jungs kurz eine live schalte zu ea ist doch das ist doch dein ding kurz live schalte achtung wir sind jetzt live hallo ist hier ea boom hallo ist der schlecht alter 19 uhr ah hier ist die lightning round 50k lightning round ja ich war auch grad voll spät erster schlitz ich mach auch bisschen entspannt oh infog nice comeback gareth ich bin aber wir haben auf jeden fall ein schlitz wer wird brasilien rv dann die alvers Jetzt kommt der, Alter, komm schon, blauer Schlitz, wo bist du? Deutschland, Torwart und es gibt den Horn, natürlich. Der Horn im Wolf. Und Mbappé, Alter, das war ein saftiges Pack, Jungs. Oh ja, das hört sich gut an. Bei dir geht's ab, ne? Blue, da bin die da... Nein. Ey, das ist mein drittes Set hintereinander, ne? Wo ich keinen Schlitz hab. Ja, das Ding. Oh, in Form, in Form, in Form. Brasilien, ZM. Ah, ist eine SPC gekommen? Warte, ich kann schnell gucken, die sind eh noch 28.000 Stück da. Warte, warte, was sagst du? Yallah, Habibi, Yallah, Habibi, was klaues ist der? Du bist so abtauristlos. Komm, komm, komm. Komm, es ist aber, glaube ich, wieder in Form. Komm, hyper, hyper, komm schon. Ich vollziehe jetzt den ersten Team auf vier. Oh, Koulibaly, 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 Koulibaly. Koulibaly in Form, 86er, Koulibaly. Nicht schlecht, den gibt's ja auch noch in den Packs, ne? Koulibaly. 100.000er, 90.000er über, let's go. Let's go! Immer zwei, immer zwei, immer zwei. Schlitz ist da. Come on, EA Sports. Oh, Salah im ersten Pack. Ericsson, Ericsson! Weg, 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 komm. Oh, 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 oh. Gibt es hier ein Battle oder kein Battle? Hayab-Battle. Oh, ja, ernst, EA? Oh, der Chat sieht geil aus. Let's push, die gibt mir blau. Nein, normale Schweiz. Kante ist doch possible. Oh, Mats Hummels, 88. Oh, Vanzali, Alter. Ich zieh 81er Tello in Form. Ey, ist der Zizanetti, was ist denn bei dem Kerl los? Draxler. Digga, das ist auch nicht gesund, dass die Lightning Round schon wieder so lange hält, ne? Blau, ja, 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 oh mein Gott, das ist der Breude. Ja, 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 lutscht mein Schwanz. Ja, 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 oh, 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 ja. In Form, dann machen wir nicht so ein Bett, was ich auch wiederum will. Danke, Papa, für die neuen Gardinen. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa. Da ist noch Müll drin. Digga, hast du wirklich? Digga, hast du ihn oder hast du ihn nicht? Hast du ihn oder hast du ihn nicht? Eineinhalb Millionen. 2,6 Millionen für der Bräune, Digga. Hast du ihn jetzt wirklich? 2,6. Hast du ihn? Ja, Baby. Und dann garantiert sie, Jungs, ihr seid auch geiler Arschlecker. Ich hab doch gesagt, heute kommt er. Ja, heute kommt er wirklich. Ja, er, ähm, war's. Ja, schon wieder der war's. Digga, ich kann nicht mehr, ehrlich. Ich kann einfach nicht mehr. Schlag zu. Mann! Das ist ein super Deal, das ist ein super Deal, Jungs. Mann, bei uns kommt eine normale Schlitze! Alter, ich raste aus, wirklich. Gibt's noch 100 K-Sets? Ja, immer noch, wir ziehen immer noch wie die Bekloppte. Alter, ich mach noch eins auf. Ich kann nicht. Es sind so viele Subs gekommen, die werde ich gleich alle vorlesen, Jungs. Und von Massive auch noch, okay. Alter, danke, Jungs. Boah, ey. Der feiert sich wie ein Arschloch. Und es kommt kein blaues Schlitze! 1880er Inform, nice! Alter, die ganzen Subs, die werde ich gleich alle vorlesen, Jungs. Ich werde gleich alles vorlesen. Uh! Ja gut, aber ich hab halt nicht eine Icon unten, die Dings an einem Tag gezogen. Oh, und der Bräun hat sich verkauft. 88er Aube! Aube ist da! Oh, ich küsse dich. Ich will gerade gar keine 100er mehr eröffnen. Wir lesen ja alle Späte vorlesen. Die passt aber ganz gut hier rein. Was ist denn die nächste Lightning Mount? Oh, ich weiß nicht. Gestern kam um 21 Uhr nichts Gutes. Da kam nur ein K-Page, oder? Nee. Boah, nee, Alter. Würst du? Das ist alles gut, man. Ja! 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 Magic Fingers! Der fickt die Scheiße! Das war meine Liebe! Die Schwellen! Schwellen! Ja! Die Impo! Ja! Yes, Mann! Endlich! Grüße gehen raus an den Rechtsanwalt da oben! Anzeige geht raus! Ja! Ja! GG, Jungs! Ja! Der kämpft wie ein Arschloch, Mann! So muss es sein, Alter! Oh mein Gott! Alter, wie habt ihr denn gerade gebrüllt, Mann? Mann! Ich dachte, das wäre ein Troll! Mann! Der kämpft alle bis zum Umfallen! Warum brauchst du so lange? Hast du dich verlaufen, oder was? Oh, du kriegst noch die pinken Haare neben! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fucking Shit! Ach du Scheiße! Was ist das für ein Cent? Ach du heiliger Scheiß! Immobile! Ach du heiliger Scheiß! Ich bin raus! Ach du heiliger Scheiß! Ach du heiliger Scheiß! Ja, Mann! Guckt euch dieses Set an! Ach du heiliger! Immobile Innenform noch drin! Drei, zwei Innenforms plus die Bräune! Oh mein Gott! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Oh mein Gott! Boah! Alter, was ein Set! Oh mein Gott, Alter! GG an dieser Stelle! Was Fake! Was Fake! GG! Ja! Back to back! Du warst es, Junge! Back to back! Du warst es, Junge! Back to back! Du warst es, Junge! Nice! Welchen Tord ihr habt denn gezogen? Wir haben den Bräune gezogen! Oh, 1-Land-Tour! 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 Promo-Set! Nur 30.000 noch! 125k Baby! Let's go! Let's go! Oh! Eiken! 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 Oh! Stürmer! Gläubat! Das ist er! Das ist Gläubat! 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 Ja! Gläubat! Ja! Eiken! Wir ziehen gleich! Wir Eiken! Ja! Mann! Was ist heute los? Was ist heute los? Was ist heute los? Juck! Was ist heute los? Oh Gott! What the fuck? Ja! 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 Wunder! Digga! Gläubat! Was? Was ist das heute für ein Stream? Oh mein Gott! Was? Was? Oh mein fucking Gott! Ich glaub's nicht! Was? Ich hab die dritte Eiken geteilt! Die vierte Metinie Schubes! Ja! Gläubat! Das ist nicht wahr! Das ist verdammt nochmal nicht wahr! Oh! Das ist verdammt nochmal nicht wahr! Oh mein Gott! Sorry Broski, aber was du kannst, können wir auch! Wer sagt, er ist im Verliererteam hier! Wer? Cheesy Army! Ey, du bist so ein Gewinner! Ich bin schon wieder hinten dran! Das passiert doch! Das passiert doch! Ich bin schon wieder hinten dran! Oh mein Gott! Ich kann ein Deck trinken! Sorry, da sollen wir noch snacken! Eigentlich müssen wir noch ein bisschen snacken, Digga, oder? Oh mein Gott! Das gibt's doch nicht, Alter! Im ersten... So wie Broski vorhin! Oh mein Gott! Dass du einfach einen Gläubat noch rausziehst, Digga! Da komm ich echt nicht runter! Boateng88 und Chech! Let's go! Schon wieder Boateng, Baby! What? Oh, Rammes! Rodriguez! Ihr scheiß dreckigen Wichserhunde! Es war einfach ne Icon drin! Hashtag Icon! TC Army! TC Army! Hey! Ey! Seitdem die 100er da waren! Oh! Riva! Handanovic! Jawoll! 87er Handanovic, man! Come on! Haben wir grad eben auch! Ich kann auch noch! Komm schon, man! Und die O-Karte! 100 Euro auf unsere Nacken, Jungs! Auf die Icon! Ich scheiß auf die Icon! Ich hole ein bisschen Kante mit der Ansage! Daumen nach oben da lassen! Nein! 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 Continue! Continue! Massentroll! 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 Wir sind raus, Jungs! Teilt den Link noch von Broski, geht rüber! Eskaliert dort! Wir sind raus! Gute Nacht! Ciao! 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 Vielen Dank.